Herzlich Willkommen zur Verleihung der Financial Advisors Awards 2024. Für den Financial Advisors Award in der Kategorie Sachwertanlagen AIF lauten die Nominierten Deutsche Finance Group DF Deutsche Finance Investment Fund 24 Club Deal US Logistik HEP HEP Solar Club Deal 1 Öko Renta Gruppe Öko Renta Erneuerbare Energien 15 So, dann gucken wir mal, wer hier die Nase vorn hatte. Und dieser Award geht an Öko Renta Erneuerbare Energien 15. Herzlichen Glückwunsch! Und hier ist die Begründung der Jury. Kim. Genau, damit sind wir tatsächlich jetzt nochmal wieder beim Thema Nachhaltigkeit angekommen, denn unser Gewinner investiert in ein Portfolio aus erneuerbare Energienanlagen mit dem Schwerpunkt Solar in Deutschland und unsere Jury lobt, der Fonds trägt nicht nur zur Energiewende bei, er ist auch ein Investment, das unternehmerische Chancen bietet durch die Direktvermarktung des grünen Stroms. Herzlichen Glückwunsch an Öko Renta! Und an Clemens Markt, den Geschäftsführer der Öko Renta Gruppe. Und da hatte ich schon fast gesagt, da rennt er! Herzlichen Glückwunsch! Und hier ist der Award überreicht. Gratuliere! Aus welcher Region kommen Sie, wo haben Sie sich inspirieren lassen, so nachhaltig zu arbeiten? Also ich aus München, aber wir aus Ostfriesland. Das ist eine Kombi, Ostfriesland und München, super! Ja, absolut! Also da muss ein guter Draht herrschen. Sie dürfen jetzt ein paar Dankesworte sprechen. Ja, gerne. Der Dank geht natürlich an die Jury. Danke für unsere 25 Jahre, die wir inzwischen im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs sind. Und der Dank geht vor allen Dingen an unsere 14.000 Anleger, die uns seit 25 Jahren ihr Vertrauen schenken und die Energiewende mit uns gestalten. Toll! Herzlichen Glückwunsch zum Preis! Wir machen noch ein Foto. Ein Applaus, den man bis nach München hören kann. Herzlichen Glückwunsch zum Preis! Herzlichen Glückwunsch zum Preis! Untertitelung des ZDF, 2020